Höchste Eisenbahn Was sieht sich das? Ich habe hier eine Ein Herz für die Eisenbahn Aus Baden-Waden Schau mal an Bei Fragen Wie sind wir? Öfters mal eine Spende geben Dann gibt es hier Spielplatz Oh Hörst du die Kinder? Ach so Was gibt es noch? Den Brunnen Gucken wir mal erstmal wo der Brunnen ist Wo ist denn der Brunnen? Eigentlich holte ich nur zur Gattin des Innenministers Und plötzlich Vorsicht Alles Alles Gute Alles Gute Alles Gute